All right, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Got the intel. Looks like this is going to be a tough one. We've had reports of violence and it looks like they left in a hurry. Jetzt machen wir einmal zufällig. Wenn's natürlich Maple Lodge ist. Ich mach kein Maple Lodge, nein. Jetzt hat das Spiel gehört. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Lucy Brooks, Geist Machu, einer Jagd entkommen und Foto vom Geist. Tarotkarten. Tarotkarten. Oh nein! 25 Sanity Plus. Nochmal. Das wäre eine Interaktion vom Geist gewesen. Das wäre ein Freitod gewesen. Leider war's Joker. Gib mir den Hankman. Der Geist ist hier. Ähm. Das wäre... Der Devil wäre übrigens ein Geister-Event gewesen. Geist wurde in seinen Geisterraum teleportiert und kann eine Minute lang nicht handen. Wir haben etwas, was mir hinterherläuft. Okay. Äh. Der Geist ist irgendwo hier vorne. Ähm. Okay. What? Ich glaub der Geist ist in der Kapelle. Oh mein Gott, bitte sei kein Onrio, okay? Bist du in der Kapelle? Nee, bist du nicht. Hab ich doch richtig gesehen, dass hier der Knochen liegt. Hä-ha-ha-ha-ha. Oh. Oh, 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 oh... Oh. Oh, 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 oh. Nee. Geist, die sind nicht hier auf dem Flur. Ich habe gerade über 10 Grad. Geist, die ist hier auf dem Flur. Geist, die ist nicht hier auf dem... Geist, die! Also, ich würde schon eher Flur sagen. Aber es wird hier jetzt gerade wärmer. Bist du ein Zwilling? Wait, bist du ein Zwilling? Geist, die ist hier. Okay. Gut, dann ist Geist, die halt hier. Wir dürfen auch definitiv einmal sterben. Das werde ich dann auch definitiv einmal tun. Einfach, weil ich es kann. Ja, ich bin nicht so schnell. Lass mich doch erstmal was holen. Okay, ich... Kruzi. Wir sind aus. Böses Geist. Habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Oh, oh, oh. Guck mal. Hier stehen Korks. Oh, 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 oh. Oh, nein. Nein, habe ich gesagt. Hallo, gehst du mal weg bitte jetzt. Du bist auf jeden Fall kein Oni. Gut, dass wir das geklärt haben. Nimm das, Kruzi. Mäcki und ihre Korks. Ja, was ist das so? Geist, der hat übrigens schon eine Kerze ausgepustet, weil er kurz in der Kapelle war, ne? So, dann nehmen wir noch das zweite Kruzi mit. Das legen wir dann nämlich auf den Flur. Dann sollte er erstmal gar nichts mehr haben. Dass du noch keinen Kork auf deiner Wunschliste hast. Ja, was soll ich denn mit Silikon? Brauche ich ja nicht. Äh, ich gehe mal noch hier rüber gucken, ne? Aber hier ist er auch nicht. Also wir haben keine Orbs. Wir haben auch zu 100% kein Gefrier. Bist du noch hier? Kruzi einmal auf den Gang. Also, wir haben keine Gefriertemperaturen. Wir haben keine Orbs. Fingerabdrücke müsste ich jetzt erst noch gucken. Can you give me a sign? Ist okay, ich hole ein EMF. Ich habe zwar keine Ahnung, was du die ganze Zeit wirfst, aber ist in Ordnung, Geistlieb. Ich lieb dich. Du liebst mich. Wenn du ein Revi bist, dann knuddel ich dich. Denn wir lieben uns bis in die Ewigkeit. Doch ich habe für dich immer Zeit. Nicht doch. Ich hätte uns sagen müssen, aber ich war mir nicht ganz sicher, was ich sagen wollte. Äh, EMF. Box und EMF nehmen wir mit. Where are you? How old are you? What are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? How old are you? What are you? What do you want? Why are you here? Ja, höchstens, dass er hier halt durch die Wand was geworfen hat, ne? Aber hier ist ja eigentlich auch... Er hat die Tür berührt. Er hat die Tür berührt. Hat er die Tür berührt? Er hat die Tür berührt! Er hat die Tür berührt! Wir haben keine Fingis. Okay, wir haben keine Fingis. Manchmal habe ich wirklich keine Ahnung, was du wurfst. Hier auf jeden Fall nichts. Ich glaube, ich kann mich sogar hier hinter verstecken. Das war definitiv im Patientenzimmer was. Damit können wir aber noch sehr viel mehr ausschließen jetzt, ne? Weil wir haben zu 100% keine Fingerabdrücke. Okay, lasst uns mal gucken. Wir haben keine Box zu 100% nicht. Das heißt, keine Box und keine Orbs. Ist das raus. Wir haben keine Box und kein Gefrier. Sind die Zwillinge raus. Und der Moroi sowieso. Keine Fingis und keine Orbs. Obake lasse ich mal noch drin. Keine Fingis und keine Box. Wären die auf jeden Fall raus. Ja, aber in Shade ist das auch nicht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es Deogen und Sey sind. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Weil es bleibt nicht mehr viel offen. Wenn wir noch Fingis kriegen, dann wahrscheinlich Obake. Ansonsten bleiben... Na gut, EMF wäre noch drin, ne? Dann holen wir jetzt erstmal Dot und Buch rein. Hätte der Sey nicht schon Attacke gemacht? Nicht unbedingt. Ich habe relativ schnell seinen Geisterraum gefunden. Und ich verliere halt in Sanimidos auf der großen Map gerade einmal 3,8% Sanity in der Minute. Was jetzt wirklich nicht viel ist. Bis der da bei 75 ist. Okay, jetzt weiß ich nicht, was du eben wieder geworfen hast. Aber das war irgendwo hier? In der Tasche. Nein, wir haben auch zu 100% keine Nobake. Das war jetzt wieder eine andere Tür. Weil sonst hätten wir schon längst Fingerabdrücke gehabt. Aber EMF 5 ist halt auch so eine Sache, ne? Aber es könnte auch ein Gorio sein, ne? Deswegen schauen wir einfach mal. Dot, so habe ich bisher noch nicht gesehen. Sollten wir aber Dot zu einer Kamera sehen, aber nicht mit dem bloßen Auge, dann kann es ja nur ein Gorio sein. Weil die Eugen und Sey haben eine erhöhte Chance auf Dot und Buch. Aber jetzt bist du gerade gar nicht in deinem Zimmerchen. Also er ist immer noch hier. Das habe ich gehört. Das war jetzt der Nebenraum. Aber er ist immer noch hier. Vielleicht sehe ich auch auf der Tür einfach nur keine Fingerabdrücke. Ich sehe auf der Tür einfach keine Fingerabdrücke. Ist okay. Ich glaube, aber wo wären denn die Fingerabdrücke auf dieser Tür? Haben wir vielleicht doch ein Obake? Das würde denn ja Sinn machen, ne? Also wir haben jetzt unseren ersten Beweis bekommen. Aber du kannst kein Obake sein. Oh, das war jetzt ein Kruzifix in der Kapelle. Also wir haben zu 100% Fingerabdrücke. Das wissen wir ja jetzt. Nur halt. Nirgendwo auf dieser Tür. Danke, Geist. Dankeschön. Ja. Also wir haben kein Orb. Es ist zu 100% kein Mimic. Dankeschön, Geist. Ja, dankeschön. Dankeschön. Na immerhin. Vielleicht bist du ja schüchtern. Dämon hätte schon längst gehuntet. Bühling kriegen wir im Hand raus. Phantom kriegen wir im Hand raus. Gin kriegen wir im Hand raus. Poltergeist würde wahrscheinlich mehr werfen. Er wandert mir persönlich ein bisschen zu viel. Deswegen würde ich halt nicht unbedingt sagen, dass es ein Goryo ist. Und wenn wir keine Dots haben, dann sowieso nicht. Nee, einmal Pillen. Einmal Pillen sollte reichen. Ich meine, ich hätte Dots gesehen. Äh. Thank you. Aber. Geist, du wolltest ja schon zweimal handen. Wann ist denn das passiert? Wait. Geist? Geist, die ist doch Überraschung. Wir haben den Goryo. Wir haben den Goryo. Da waren Dots. Und ich habe sie nicht mit dem bloßen Auge gesehen. Nur in der Kamera. Das heißt, es kann nur ein Goryo gewesen sein. Hast du richtig gesehen, Terrozicke? Die habe ich echt überhaupt nicht gesehen. Wahrscheinlich habe ich auch wieder weggeguckt. Das ist, äh. Das ist bei mir leider ganz normal. Die Dots kommen immer nur dann, wenn ich nicht hingucke. Oh, Lucy. Oh, du bist so eine wunderbare, liebe, nette Schissfleck. Ich könnte dich knutschen. Weißt du was? Du wirst schon irgendwo gestanden haben. Ich hol mir mal Räucherstäbchen. Das ist der Goryo. Oh. Ja, ich würde auch heulen, wenn mein Rücken so aussehen würde. Würde ich auch weinen. Das ging jetzt schneller als gedacht. Aber sie kam aus ihrem Zimmer. Ich glaube, sie hat ihr Kruzifix gerade in... gerade als ich hergelaufen bin, einfach zweimal durchgeknabbert. Ey. Perfekte Runde. Das heißt, wir haben unsere Wochen-Challenges auch abgeschlossen. Wir haben in einen Goryo. Tschüss, kleines Händchen. Ey. Easy. Jane Straffen. Räucherstäbchen während der Jagd, Foto vom Geist und EMF. Wir nehmen mal direkt die UV-Lampe mit, weil wir eben so ein absolutes Glück mit Fingerabdrücken hatten. Ich habe den Geist gefunden. Hä? Wait. Ich habe kein Fotoapparat mit. Hä? Warum habe ich kein Fotoapparat mit? Ja, fotografieren brauche ich das jetzt auch nicht mehr. Müll. Ah, es ist der lange, dünne, nicht mehr ganz so braune. Meine. Zirkel, 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 Zirkel. Ah, wir haben den Zirkel. Oh. Oh, nein, Geist, die sind in der Lobby. Wir haben, ups. Wir scheinen allerdings keine Gefriertemperaturen zu haben. Ja. Okay, keine Fingerabdrücke. Schnell, 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 schnell. Noch habe ich EMF. Okay. Es könnte immer noch ein Obake sein. Obaken haben nämlich EMF 5 Orbs und Fingerabdrücke und hinterlassen halt nur mit einer Chance von 75% Fingerabdrücke. Aber ich wünsche mir gerne, dass du ins Buch schreibst. Bitte schreib ins Buch. Buch, Omi. Omi, 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 Omi. Bitte schreib ins Buch. Wir haben ein Foto vom Geist. Ja, so viel zum Zirkel. Das habe ich immer, wenn es der Zirkel ist. Wirklich immer. Ja, wir müssen ja weiter testen. Was anderes bleibt mir ja eigentlich schon gar nicht übrig. Hat es gezählt? Hat gezählt. Perfekt. Wir haben Dots. Ich habe die Dots gesehen. Oh. Kriegen wir im Hand raus. Kriegen wir im Hand raus. Kriegen wir im Hand raus. Ich hole ein Parabol für die Banshee. Und den Jurai kriegen wir raus, falls er vielleicht die Haustür schließt, wenn er drauf Lust hat. Pöckel sie. Pöckel sie. Pöckel. Ein Fußabdruck und viermal die Kruzis. Schauen wir mal. Ich möchte jetzt gerne einen Schokokruzi-Kuchen. Oh, wait. Oh, wait. Du wolltest schon handen? Wait. Ich bin noch nicht bei 65. Ich glaube, wir haben einen Zay. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben einen Zay. Oh, scheiße. Sie ist ein Zay. Ich bin tot. Sie ist ein Zay und ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Ist sie ein Zay? Nein, ich glaube, sie ist ein Raiju. Sie ist ein Raiju. Sie ist ein Raiju. Puh. Okay. Oma ist ein Raiju. Weil sie wurde nämlich langsamer. Sie hätte nicht langsamer werden dürfen. Omi will ich zum Kekseessen holen. Oma, nee. Nee, Oma, nee. Aber umgeh doch bitte nicht das Kekseessen holen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist ein Raiju. Ja. Zu 100%. Kannst du jetzt mal bitte aufhören, deine Kruzifixe zu umgehen? Ich versuche gerade, dass Oma in meinen Kruzifix knabbert. Aber Oma hat absolut keine Lust, in meinen Kruzifix zu knabbern. Ja. Du kannst trotzdem gerne in meinen Kruzifix knabbern. Oh mein Gott, dankeschön. Hier, da, bitteschön. Nimm direkt das Leben. Da hat er mich direkt noch einmal angeflüstert. Das nimm ich doch gerne, Geisti. Nur für meine wöchentliche Quest, okay? Okay. Bitte, 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 bitte. Ja. Okay, komm, nur noch ein Foto. Nur noch einmal. Ja, ist okay, dankeschön, ich bin weg. Jetzt brauche ich nur noch Räucherstäbchen. Dann hören wir uns jetzt noch mal den Raiju an. Geisti, ganz schnell. Geisti, nicht mehr schnell. Geisti, Raiju. Da ist er wieder ganz schnell. Ich liebe Raijus. Hat mich sehr erschrocken. Ich glaube, wäre es ein Say gewesen, dann wäre ich definitiv tot gewesen. Oh yeah. Raiju. Daniel Roberts, Salz, Geist, Machu und Geister Event. Strom ist oben. Wir haben Voodoo-Puppe oder Zirkel. Das war ein Lichtschalter. Und der Lichtschalter war 100% unten. Aber jetzt gehe ich erst gucken und ganz schnell den Strom einschalten. Ach, wir haben die Voodoo-Puppe. Naja. Geht besser, aber was soll's. So, da können wir jetzt gucken, wo Geisti Licht eingeschalten hat. Ich würde vermuten, hinten im Flur. Oder irgendwo Küche. Flur. Ja. Geisti ist hier. Oder im Badezimmer. Das geht auch. Kann er auch durch die Wand gegriffen haben. Also ich habe meinen Sicherungskasten lieber im Keller als auf dem Dachboden. Ich habe lieber gar nichts von beiden. Also unser Dachboden ist im Keller, ja. Äh. Ähm. Unser Sicherungskasten ist im Keller, ja. Aber ich habe lieber weder einen Keller noch einen Dachboden. Ich finde halt beides sehr gruselig. Okay. Also ich würde eher sagen, dass Geisti hier ist. Er hat hier gegen das Fenster gekloppt. Ähm. Das ist auf jeden Fall schon mal. Ich weiß aber ja auch keine Mare sein. Kann ich ja irgendwo Licht eingeschalten? Wo hast du denn du jetzt Licht eingeschalten? Ich habe das hier nicht ausgemacht. Nope, nope, nope. Du bist kein Oni. Nope, 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 nope. Hm. Ich glaube, ich habe die kleine Lampe ausgemacht. Aber wir haben keine Ops. vermutlich auch kein Gefrier, aber wirklich kann ich es noch nicht sagen. Hauen wir mal ganz schnell ab. Das heißt aber auch, dass wir den Mimic ausschließen können. Where are you? How old are you? What are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? What do you want? Why are you here? Nö. Damit wären auch die Zwillinge raus. Definitiv auch der Moroi. Ob und Box wäre dann noch der Yo-Kai mit raus. Ich weiß nicht genau, welche Tür du angefasst hast. Gucken wir mal. Hast du vielleicht... Quinkig. Ich weiß halt nicht genau, welche Tür du angegrabbelt hast. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass du erstmal keine Fingerabdrücke hast. Aber wenn wir EMF 5 kriegen, könntest du immer noch ein Mobake sein. Do something! Das habe ich gehört. Oh, das war aber nicht hier. EMF 5. Keine Fingerabdrücke. Wir haben EMF 5. Wir haben heute das erste Mal EMF 5 bekommen. Oh mein Gott. Ja! Ich bin nicht so schnell. Wait a second. Diesmal war es nicht hier. Und nicht hier. Und auch nicht hier. Hier. Immer noch keine Fingerabdrücke. Also würde ich... Ich würde langsam den Obake definitiv ausschließen. Okay, also du wirfst die ganze Zeit irgendeinen Scheiß. Dann ist jetzt die Frage, bist du überhaupt noch... Hau rein, Geisty! Also er ist immer noch hier. Oh, wait. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er jetzt schon gewandert. Oh ja, Geisty ist gewandert. Junge, warum wanderst du denn so viel? Weil so ein Goryo glaube ich ja nicht, ne? Kann auch sein, dass er vielleicht eher ins Wohnzimmer gewandert ist. Den müsste ich nochmal umbauen. Weil es wird hier zwar kühler. Er hat zum Beispiel auch schon das Kissen geworfen. Ne, ich würde sagen, du bist jetzt eher im Wohnzimmer. Du bist ein süßer Hux, die Boy. Mein süßer, kleiner Hux, die Boy. Wollen wir mal gucken. Ich meine, irgendwo muss er ja sein, ne? Oh ja, du bist zu 100% hier. Ich würde sagen, Nee. Aber er hat woanders angefangen, ne? Also er ist zu 100% hier. Oder auch nicht mehr. Was denn jetzt? Also bist du jetzt doch hier. Der Geist kann sich nicht entscheiden. Der Geist kann sich einfach nicht entscheiden. Nein, du bist kein Gin. Weil er neben dir im Raum startete. Ja, stimmt, ne? Ich bin gar nicht da. Scheiße. Nicht gut. Ich bin ein bisschen bei Spirit. Aber ich glaube... Weil für ein Gespenst, er teleportiert sich nicht häufig genug hin und her. Aber siehst du, es ist kein Gespenst. Es ist kein Gespenst. Spirit oder Gorio? Also es kommt jetzt drauf an. Wenn er ins Buch schreibt, Spirit. Wenn er Dots hat, Gorio. Aber ich bin mehr beim Spirit. Du wirst gleich handen. Du hast doch noch nicht ins Buch geschrieben. Ich habe diese Runde ehrlich gesagt auch schon aufgegeben, überhaupt Fotos zu machen. Ja, du bist kacke! Bist mir Geist. Dann sollten wir jetzt vielleicht mal... Okay. Ich wollte gerade sagen, ich bin hier. Okay. 30, 44. 30, 44. Komm nicht her. Geist die. Geist die. Ich bin tot. Die Frage ist halt, war es jetzt ein Gorio, der hier gewandert ist, oder ein Spirit? Es war ein mega aktiver Shade.